Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Valhalla Hills. Ja Freunde, wir haben gesagt, wir gehen jetzt hier nach oben und schauen mal wie unsere Nachbarn hier reagieren, wenn wir hier einfach mal aufschlafen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt bewegen. Einfach mal hier hin, trotz frech, wie wir sind und schauen wir mal, wie sie reagieren hier, was die mit uns machen wollen. Ich glaube nicht so freundlich empfangen, aber hey, wir schauen. Warum sind wir nicht so viele, wie wir eigentlich sein sollten? Haben die anderen gerade eine Pause oder sind die ineinander hier? Oh oh, oh oh, kämpfen, kämpfen, mach die weg. Oh, einer stirbt gleich, Ingrid stirbt gleich. Nein, Ingrid, bleib bei uns. Bleib bei uns. Nein. Nein. Ja genau, rennt weg. Hallo. Mach die weg hier, helft mal mit. Warum helfen die nicht mit? Es geht doch damit drauf. Ja, es ist noch jemand gestorben. Toll. Toll habt ihr es gemacht. Aber die Äxte scheinen doch gut zu wirken. Die Steinexte scheinen stark zu sein, Freunde. So, die Vorhut hätten wir erledigt. Das wäre das. Dann müssen wir jetzt nach oben mit euch umziehen, bitte nochmal. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ob wir opfern oder kämpfen können. Oh, zwei Eiskolips. Zehn Getreide. Die fünf Portalwächter machen wir weniger Sorgen. Dann holen wir Opferungsstätte für Getreide. Ja, doch, machen wir hier hin. Hier hin. So, uns Armeellager holen wir mal zurück. Komm mal her. Komm mal mit. Dann könnt ihr euch da unten wieder eure Kräfte sammeln und so. Bier trinken. Für den letzten Kampf dann. Für diese Map. Ja. Schön. Also gegen Golems möchte ich jetzt ungern kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Also, muss nicht unbedingt sein, Freunde. Bier haben wir ja. Aber das wird einfach nicht. Brauchen wir dafür Kuriere? Nee. Das machen doch die Lagerarbeit eigentlich. Die müssen das doch holen. Vor allem, wenn es im Einzugsgebiet ist und gut ist. Aber irgendwie. Verstehe das nicht ganz, Freunde. Das könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, wie das ist. Hm. 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 So, wir opfern bitte 10 von diesem. Von Getreide. Das wird jetzt natürlich wieder ein wenig dauern. Aber okay. Nicht so schlimm. Wie sieht es denn aus? Wir möchten hier... Was haben wir denn verloren? Komm, wir möchten... Ja, komm. Noch zweimal Axt. Ich hoffe, ihr holt die richtige dann. Dann passt das schon. Kriegen wir die auch weg. So. Wurde denn schon? Nein. Hast auch nichts auf Lager. Doch, neunmal jetzt. Ich bitte euch. Opfermeister Gissur. Auf. Hopp, hopp. Mhm. So muss das. Genau. Zack, zack. So. Und ihr trinkt fleißig Bier, bitte. Macht euch stark. Oh, Steinexte. Yay. Also, das funktioniert. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigefehler, dass hier keine drin sind. Kann natürlich auch sein. Ist auch noch eine Alpha, Freunde. Also, passt das schon. Das geht jetzt richtig schnell. Und dann werden wir wieder umziehen mit unserem Armehlager und nach oben gehen. Und die Kleinen, da sind wir ja mutig, die Kleinen machen wir weg, oder? Aber die Großen nicht, Freunde. Die Großen, die tun wir mal besänftigen. Die Eis-Golems, die möchten wir nicht unbedingt kaputt machen müssen. Wir könnten natürlich auch... Ach, Freunde, wisst ihr was? Wir machen es wirklich ganz ohne Kampf. Wir tun hier auch noch Opfer. Oder? Ja, ich will keine Sterben wieder haben. Zweistenschen Tod. Lea und Ingrid. Finde ich immer traurig, wenn unsere Wikinger sterben. Möchte nicht sterbend sehen. Obwohl, vielleicht sind sie dann in Valhalla. Das wollen sie eigentlich. Ich weiß es nicht. Ein Zwiespalt. Ach Gott. Wir gehen jetzt hoch. Und denken... Ich hoffe, die kriegen das hin. Aber ich denke schon. Komm, lass das abbrechen. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Sie wollen auch Ehre verdienen. Und so verdienen unsere Krieger relativ schnell Ehre, denke ich. So, und wir sind wirklich... Ja, unser Bär ist auch noch da. Aber er hat schon einiges abbekommen. Vielleicht nicht mal. Bist du so stark oder was? Scheint so. Aber Ehre? Aha. Hunderttausend brauchen die. Wie sieht es denn mit unseren Kämpfern hier aus? Ja, ne nachdem, ne? Ja, gut, dann... Lasse die Spiele beginnen. Machen wir weg. Keine Chance haben die. Wir haben jetzt bessere Externe und so. Guck mal, wie schnell das geht. Die fliehen ja schon. Die Feiglinge fliehen, Freunde. So. Und nun? Ah, da oben sind noch zwei. Okay. Jetzt nicht mehr. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Wir haben es geschafft. Ha, so muss das, Freunde, und nicht anders. Okay. Weiter zum nächsten Mission. Architekt. Deine Wikinger haben 100 Häuser errichtet. Schön. Stefan Jones Hut. Nur die besten Geologen verdienen einen Hut wie diesen. Okay. Eisberge. Die kalten Eisberge sind die Heimat der Schneehasen und Eiswölfe. Stier. Diesen großen und stämmigen Hornträger können von den Wikingern erlegt werden. Hm. Ambus. Auf diesem sehr alten Werkzeug werden Eisenexte gefertigt. Okay. Golderz. Der Geologen kann Golderz finden. Kohle finden. Gold Schmied haben wir auch. Bogenmacher. Köhler. Gut. Aus Holz Kohle können wir auch machen. Eisriesen. Eisriesen stammen noch aus der alten Welt und sind nicht so leicht zu bekämpfen. Hölzender Kampf. 50 Tiere der Gegner. Ja. Gipfelstürmer. Zehnmal geschafft. Die Wallahe der Hilfszeit geben. Yay. Und sehr große Karte ist jetzt freigeschaltet. Schön. Freut mich. Dann machen wir doch mal direkt weiter damit. Wie geht's denn aus? Schauen wir uns hier mal um. Oh. Ja. Doch. Hier ist noch ein extra Portal. Hm. Hm. Wir sind auch weg. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kühe. Kühe. Okay. Kühe. Kühe sind hier. Kühe sind da. Wölfe sind auch noch hier. Oh. Oh. Ganz schön viele Wölfe. Hm. Drei Stück sind Rudeltiere. Natürlich. Hm. Könnte interessant werden. Könnte interessant werden. Diese Karte, Freunde. Es fölten relativ schnell. Armee haben. Hm. Hm. Natürlich fangen wir wieder mit unserem Holzfäller an. Wie sollte. Guck. Jetzt hier zum Beispiel. Ich möchte das hier hin bauen. Warum geht das nicht? Doch. Scheiße. Wollte gerade Scheiße sagen, aber er hat uns der Kniff. So. Ähm. Ab zum Stein hier. Und das Block. Hier. Ach. Hackblock. Entschuldigung. Und hier. So. Okay. Das hätten wir. Ähm. Nein. Doch. Steinbruch brauchen wir auch. Steinbruch machen wir erstmal hier hin. Ähm. Oder hier. Nein. Machen wir hier hin. Hier passt schon. Passt schon. So. Ähm. Geologe. Sag mal. Halt mal. Steinmetz möchte ich auch noch haben. Hab gehört. Das soll ganz hilfreich sein. Ähm. So. Jetzt. Ne. Fischer erstmal. Fischer, Fischer, Fischer. Fischer, Fischer, Fischer. Nein. Nicht darüber. Wir dürfen noch nicht darüber. Das sind Wölfe. Wölfe. Würden uns nicht so gut tun. Glaube ich. So hier. Wunderschön. Könnte man hier auch noch einen Jäger hin machen. Könnte man hier noch einen Jäger hin machen. Ein paar Hoppelhäschen. Dann haben wir hier einen Jäger hin. Erstmal. So. Das ist wieder auf jeden Fall. Grundversorgung ist da. Ähm. Geologe. Es wird immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Ein Geologe möchte ich hier hinsetzen. Und der soll erstmal suchen. Würde ich sagen. Bevor wir da noch mehr bauen. Soll er erstmal suchen. Und dann werden wir es sehen. So. So. Wenn man hier noch wieder einen schneller. Natürlich. kühler. Ja. Alles. Wird langsam. Wird langsam. Tun immer mehr freistellen. Das freut mich. Natürlich. Und wir haben hier. Was bauen wir hier. Ne. Wir können es nur öffnen. Das stimmt ja. Das können wir ja gar nicht besänftigen. Äh. Eisengrolem. Ein Eisengrolem. Mit dem könnten wir fertig werden. Aber da müssen wir uns natürlich auch richtig drauf vorbereiten. Ganz klar. Freunde. Hm. Jetzt müssen sie natürlich erstmal bauen, 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 bauen. Wahrscheinlich auch wichtig. Hm. Die machen mir etwas Sorgen. Ich hätte hier eigentlich gerne den Holzfäller hingetan. Aber. Hm. Das sind die Wölfe nicht so ganz mit einverstanden. Hm. Gehen sie auf die Jagd. Was macht ihr? Mir tut es immer so leid, wenn man wirklich gegen Tiere kämpfen muss. Ich mag das nicht. Ich mag Tiere. Ich möchte die nicht bekämpfen. Finde ich nicht gut. Ja und? Schon was gefunden, mein Freund. Björn. Wo bist du denn? Wo ist Björn? Björn, hast du schon vererbt, oder was? Björn. Wo ist er denn? Da oben. Was machst du denn da oben? Du sollst hier suchen, du. Achso, da hat sich gerade ein paar Früchte gesnackt. Okay, okay, okay. Verstehe. Wer arbeitet, muss auch essen. Hast du vollkommen recht, mein Freund. Gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Hm. Da ist schon mal nix. Eisen. Yay. Das heißt, wir können eine Biene bauen. Auf jeden Fall. Miene, 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 Miene. Und zack. So, dann brauchen wir, wo ist denn der Amboss? Der ist da dabei. Okay. Okay, ich wollte es nur wissen. Ähm, Eisenschmelzer. Bauen wir hier hin. Bauen wir hier hin. So, hier. Dann brauchen wir diesen Waffenmacherfreund. Unseren Waffenmacherfreund. Ach, kommt schon. Es geht doch hier irgendwo hin. Dann ist es wieder so weit weg von hier. Das ist wieder so. Mal lieber hier hin. So, hier. Und dazu natürlich einen Bogenmacher. Und... Achso, da müssen wir auch noch. Ja, natürlich. Verbinden. Und einen... Amboss. Einen Amboss finde ich noch wichtiger. Denn ich bin mehr der Nahkämpfer, wenn wir schon kämpfen müssen. Und hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Dann baut mal schön, meine Freunde. Bauen, 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 bauen. Ich glaube, ich lasse die Wölfe echt in Ruhe. Ich weiß nicht. Ich möchte sie nicht töten. Mit mich nervt das jetzt schon, dass wir hier... Dass die mir hier jagen müssen und so. Wo ist sie denn? Lenny, ja. Wo ist Lenny, ja? Da kommt sie. Was machst du denn? Was hast du denn? Was hast du denn gemacht? Mhm. Nachschublager. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen es so. Ihr schreibt mir in die Kommentare, ob wir... Wirklich Nachschublager brauchen, um die Armee damit auszurüsten. Oder ob die sich es auch so holen, wenn ich das jetzt direkt neben den Waffenmacher setzen würde. Das Armeelager. Und wenn ihr es wisst natürlich nur, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann mache ich an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020